Nur nochmals kurzer Hinweis, leider hat bei dieser Aufnahme das Mikrofon meiner Webcam aufgenommen, nicht mein richtiges. Und dieses Spiel, erstens Flüssig spiele, auf welchen Grafen, ich glaube Mittel oder so, ja, auf Mittel, also dass man Mittel spielen kann, plus, dass ich sogar aufnehmen kann, was ich sehr geil finde. Ich habe mir jetzt einfach meine externe Festplatte auch als interne Festplatte eingebaut und auf die kann ich jetzt auch aufnehmen und jetzt bin ich glücklich. Ah, ich habe keinen Scheiß-Trick-PC mehr, sondern ein Mittelstasser-Gaming-PC, wenn mal die Pionie dort steht. Äh, nee, was heißt der Supporter? Sniper! Jo. Was war... Oh Gott, jetzt weiß ich, was das war. Oder war das... Der... Ich weiß es nicht. Alter, was ist denn hier... Wow! Ich weiß es auch nicht, was das war, das war heftig. Ja, ich freue mich einfach, dass ich das jetzt alles spielen kann und naja, jetzt werden auch wieder, in der an sich, ein paar mehr Videos kommen. Ich weiß es nicht... Ich weiß es nicht, was ich... Ja, ich weiß es nicht, was ich mir immer noch gucken. Ich weiß wir nicht... Nein... 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 Stark! Ja, äh, Vorsicht, habe ich meine, die Schneider gesichtet, Ober. Stirb. Nja, ha, 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 ha. Oh. Jetzt ist mal hier raus, nja, ha, ha. Ah. Ah. Danke. Wenn das ja mal echt möglich wäre. Los, schieß. Ich habe nicht Kontakt zu einem feindlichen Panzerjäger. Wettlich deiner Stellung. Ja, auch nichts. Nö. Hä, was schießt denn? Na, ist bestimmt das Gunship. Ich denke, dass wir auch das leider so viel machen können. Ich denke, dass wir jetzt wie auch wir, wenn das mal việc pai muss. Ich denke, dass wir als es öfter kommen. Best. Spaß Jetzt muss ich mich ein bisschen zurückziehen Also, ah, ver... Cool, wir hatten schon wieder eine FPG Aus Nein Ja, was soll's Was? Ich bin schon zweimal gestorben? Hä? Ich hab da... Ach ja, stimmt Tatsache Ich hab mich grad echt gewundert Ne, Paz, dann nehme ich diesmal nicht Nochmal Wenn ich endlich mal für diese scheiß Waffen Ich hasse dem Ers Alltag Ich weiß nicht, wie manche Leute mit dem wirklich umgehen können Aber ich glaub, ich probier mich mal jetzt ein bisschen sozusagen durch die durchzuqueren Weil, dass ich auch mal andere bekomme Auch wenn ich keine Lust habe Auch wenn dem... Auch wenn dem Ers Kacke... Ich auch, weil... Weil dem Ers Kacke sind, Alter Gleich war die nächste freigeschaltet So muss das Äh, wird es grad eingenommen? Oh Gott, es wird ja eingenommen Verfeint Ah, da hinten war er So, glaub ich sogar Ja, war er Der hat auch ne DMR Mann, ne, die Helle und der, die hat bessere DMR ist als ich Na gut, das kann ich bar wenigstens ne andere DMR Außer dieser scheiß... Was? RFB? Ja, irgendwie, ich kann mit der aber nicht umgehen Wahrscheinlich wird die aber auch nicht viel besser Oh Mann, warum bin ich ja nicht so ein kleines Squat In sowas hasse ich ja immer Na Ach, ach, nö, ich hab die Camper Was soll's Hallo Hä? Hallo? Ich drück drei Das sollte... Eigentlich war drei doch immer mal ein Raketenwerfer Was? Das sehe ich jetzt das Gerücht an, dass das kein direkter Volltreffer war Oh nein Ach, Mist Ja Gott, der hat ne bessere DMR bestimmt Oh Gott Und der hat Unterstützung Mann Ach, keine Chance Ich lass das einfach mit DMRs Ich... Ne, ich hasse Ne, sie sind scheiße Sie sollen alle sterben gegen DMRs Ich kann damit hier einfach nicht umgehen PDWs mag ich grad auch nicht Ne, ich hab die Karabiner Die SIG könnte ich eigentlich mal ein bisschen weiter ausprobieren Au Achso, ah Stirb Alter 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 You see me tro... Ne, oder? Ich hab feindlichten Scharfschützen in sich Ne, oder? Ja, Scharfschützen in sich Ich fühl mich grad leicht verarscht, dass der... Ich hab feindlichen Soldaten in sich Ich hab feindlichen Soldaten gesehen Wollt du sagen, wie kann er nicht sterben? Achtung, ich hab den feindlichen Kaiser in eurem Gebiet gerechnet, Oma Ich hab feindlichen Panzer gesehen Und eine Frage, vielleicht weiß das ja jemand von euch Ähm... Die RGOs Äh... Die Impact Wurden die gepatcht? Weil jetzt hat man statt zwei Stück, drei Stück Aber mir kommen sie sehr viel schwächer vor mit einmal Das wäre schön, wenn mir das jemand in den Kommentaren beantworten könnte Wenn sich überhaupt jemand das Video anguckt Äh, äh, äh Ach, nö Nicht dran vorbei Nicht dran vor... Wow Ah, Mann Lass mich in anderen Ruhe Mist Ich dachte, da gibt's einen gewissen Splash Damage Oder die Rakete findet genau grad die richtige Lücke Und fährt einmal durchs Gitter und kriegt einen Direct Hit Okay Äh, der Punkt ist mir zu behindert Mal schauen Scheiße, Leibmann Sehr schön Sehr geil Äußern dieses gar... Damit hab ich grad nicht gerechnet Haben die mich gesehen Ach, Alter Ich verpiss mich jetzt hier Das ist mir zu viel Aber irgendwie ist hier auch die Deckung gleich null Oh Gott Halt, ich merk nicht mal, dass ich aufnehme Ist das genial Ich spiele mit 80 FPS Ich hab noch 10 Schuss Krieg ich Munition? Nein Zwölf Schuss Uh Volles Magazin Ah Ärgerlich Ärgerlich, sag ich Ähm Ähm Oh Äh Ich hab doch schon sagen Warum gibt's da kein Gas? Oh Oh Und cool Wo ist er? Hä? Ach, über mir sogar noch Mist Ach, Mist Ach nein Ach nein Ach nein Noch nö Ich werd ein bisschen... Mit ein bisschen Skill sollte man auch definitiv So Okay Mann, ich drück an und öff statt C Schlimm Ah, Mann Okay Okay Diese Flugzeuge sind sehr viel unwendiger Als ich sie in Erinnerung habe Hacker Blablabla Okay Rage Leute Wow Wow Boah, Alter Der ist extremst gut oder einfach nur glücklich Au Da ist ein Feindlicher Sondas Schau dich zu einer Stellung Alter Ahem Bitte spring nicht raus Hä? Au Au Er ist auch rausgesprungen Oh Gott Oh nein Was? Ach, Scheiße Und Die KD sinkt Ich komm grad nicht in so Gussen Infanterie-Kombat Mist Irgendwo will ich auf den ganzen Das ganze Merkwürdigkeit Immer will ich auf diesen Ähm Sag mal Ja, will ich auf den Äh Fahrzeug-Maps Infanterie spielen Mann Ich komm mit der M8-90-Spiel Noch nicht Ganz klar Hä? Das war Das kannst du mir nicht erzählen Danke Oh Ah ja Vollautomatisch ist schlecht gegen meins Was? Na Tötet ihn Meine Minions Tötet ihn Ein richtiges Anderes Tool Hab ich aber auch nicht, oder? Vielleicht soll ich doch beim Sniper nicht auf die Pistole Sondern auf die G18 vielleicht wechseln Was? Was er hat Ah Ich sag dazu nichts Ich muss jetzt einfach bloß mal Ah, für die war fahrt ich schon, wie sie Da brauch ich eigentlich gar nicht spielen Na, was soll's Wow Fick dich, du Arsch Ah Fick dich, waaah Und Fick dich, der Scheiß, Kurt Anders Kurt Fick dich, Delfin Oh, oh Ist grad rot geworden Oh, der reine Nee, noch nicht Run Run, 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 run Schnell Ich fühl mich jetzt nicht wohl Normalerweise habe ich eigentlich mal ein gutes MG4 Oh, der weiner Na, wir kriegen den Punkt anscheinend gut zurück Oh, wir haben Einsatzstil Charlie Anscheinend ist festlich von dir in kaltlicher Schauschütze Oh, ein 100 habe ich sogar Krass Er kriegt's doch hin Was, niemand Und jetzt wird sie Ja Gott, hörst du auf, bitte den Tank zu hampen Warum bin ich so hoch Was soll's Die Runde ist dann gleich vorbei Wir sind am Gewinnen Ich hab kaum kommentiert Die Runde war Mittelmäßig schlecht Und der Punkt wird er genommen Oh, ja, ich hab Gesehen Woher wusste er das Dass ich genau dort an der Mann Ich hätte einfach nicht mit meiner scheiß Artikel 4 probieren sollen Den Kill zu machen Sondern einfach bloß Den scheiß Kill machen Wow 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 Wo kommt ihr her Was zum Das war unerwartet Oh Gott, nein Nicht zum Schluss sterben Naja Das war jetzt das erste Let the Play Seit langem Wird Spaß gemacht Weil ich endlich mal vernünftig zocken kann Und ihr wahrscheinlich auch was vernünftig gucken Ohne vielleicht auf Grafik Aber bei der weniger Grafik zu verzichten Oder was anderes Wahrscheinlich könnte ich die Grafik So noch ein bisschen hochstellen Aber ich zocke lieber mit 60 FPS Und nehme auch mit dementsprechend auf Anstatt dann lieber Weniger FPS zu haben Und dafür dann bloß besseres Aussehen Ich hab ganze Oh noch so 600 Punkte Was soll's Überspringen Was gibt's denn so für Aufträge Naja Das war's Und dann verabschiede ich mich Tschüss Das war's Und dann